Hallo, mein Name ist Jessica Boos. Ich bin 32 Jahre alt und komme vom Verein SV Meppen im Bereich Frauenfußball. Ich bin die Teammanagerin des SV Meppen Frauenfußballs und bin eigentlich für alles zuständig, was rund um das Team passiert. Also wir haben dieses Jahr natürlich einen großen Erfolg zu verzeichnen. Wir sind dieses Jahr aufgestiegen in die erste Bundesliga und ja, ich denke, das ist schon als größter Erfolg dieses Jahr zu verzeichnen. Ja, also die Mädels selber sind vier bis fünfmal, manchmal sechsmal aktiv und direkt beim Training, haben natürlich auch noch individualisierte Trainingspläne, die sie dazu machen. Ich selber bin eigentlich jeden Tag für den SV Meppen aktiv. Man kann nicht sagen, das ist von Montag bis Freitag, sondern das geht wirklich jeden Tag und zu keinen bestimmten Uhrzeiten. Man ist irgendwie Dauer dabei. Also Heimspiele bin ich eigentlich immer mit dabei, aber auch ich versuche, jede Auswärtsfahrt mitzufahren und auch das Team zu begleiten. Schwierig zu beantworten. Ich glaube, alles irgendwie, was mit dem Ball zu tun hätte, könnte ich oder hätte ich relativ gut lernen können. Aber ich glaube tatsächlich, Tischtennis wäre auch eine Sportart gewesen, die mir sehr gelegen hätte. Ja, also diese Saison ist es ganz klar, das Ziel gesteckt nicht abzusteigen. Sollten wir das schaffen, ist es eine enorme Leistung. Die Auswärtskraft